Liebt sie mich? Steht sie auf mich oder will sie nur Freundschaft, im schlimmsten Fall, mich ausnutzen? Mein Name ist Imadl Albert, ich bin Beziehungscoach. Seit vielen Jahren begleite ich Menschen auf dem Weg in glückliche Beziehung oder dabei, ihre Beziehung zu retten, ihre Beziehung zurückzuobern. Und es gibt ganz klare Zeichen dafür, ob eine Frau auf dich steht. Das ist der Teil 1 des Videos. Danach die ganz gefährliche Falle, die nämlich mit dieser Frage leider auch auf dich lauert und was man da tun kann. Vorneweg also die Zeichen. Woran erkennst du, ob sie auf dich steht? Wir haben alle möglichen Zeichen von Aufmerksamkeit. Sie lacht über deine Witze mehr, sie wartet auf dich, sie unterhält sich gerne mit dir und du kennst diese Momente. Sie produziert sich dann auch und kann dann nicht mehr aufhören zu erzählen, was dieses und dort und jenes passiert ist. Dann denkst du dir so, oh mein Gott, hat sie viel zu erzählen? Vielleicht steht sie auch einfach nur auf dich und hofft irgendwie, durch ihre vielen Erzählungen Nähe herzustellen. Dann kommt natürlich das ganze andere, körperliche. Sie legt dir gerne mal die Hand auf die Schulter. Sie fasst dich gerne irgendwie an, am Rücken, wenn sie was von dir will etc. Du hast das Gefühl, sie kommt dir einfach einen Tick näher als andere. Auch hat sie mehr Zeit für dich. Sie ist geduldiger. Sie kommt extra früh, wenn sie weiß, dass du da bist. Sie wartet extra noch, wenn sie weiß, dass du auch noch ein bisschen wartest. Wenn es zum Geburtstag kommt oder zum Fest, du kannst sie nicht ausreden, sie muss unbedingt was mitbringen. Einen Salat, Tiramisu, einen Kuchen. Egal, du sagst nein und trotzdem wird sowas um die Ecke kommen. Sie denkt auch immer dran, dir zu gratulieren. Und sie bewundert dich, wenn du irgendetwas geschaffen hast. Das heißt, oder auch geschafft hast, oh toll, super, schön, genau dieses so ein bisschen von unten anhimmeln, kommt von ihr ein bisschen stärker als von anderen Freundinnen. Und egal, ob es der Arbeitskontext ist, weil es eine Kollegin ist oder im Freundeskreis oder aus der Ausbildung, Studium etc. Sie findet Momente, in denen sie irgendeine Frage hat, deine Hilfe braucht. Und irgendwie, sie hätte zehn andere fragen können, aber sie fragt dich. All das sind Anzeichen dafür, dass sie auf dich steht. Wo ist die Falle? Die Falle ist, immer wenn ich diese Frage gestellt bekomme, liebt sie mich, steht sie auf mich, habe ich festgestellt, dass der gute Mann, der gute Typ, der mich das fragt, eigentlich zwischen den Welten steht. Vielleicht steht die Frau auf ihn, aber nicht so richtig, nur ein bisschen. Oder sie stand mal auf ihn und jetzt ist es ein bisschen weniger geworden. Oder in Wirklichkeit ist er mit ihr in der Friendzone, in der Freundschaftsfalle. Das heißt, sie ist unglaublich nett und aufmerksam zu ihm, aus anderen Gründen. Und er denkt, oh mein Gott, ich glaube, sie steht auf mich. Und deshalb ist die Frage, was willst du von ihr? Willst du was von ihr? Wünschst du dir eine Beziehung? Dann musst du jetzt ganz vorsichtig sein, weil all diese Zeichen können da sein, aber wenn du in Wirklichkeit auf sie stehst, kann es sein, dass du die Zeichen viel deutlicher und viel klarer und viel schöner wahrnimmst, als sie in Wirklichkeit der Fall sind. Und andere sagen schon so ein bisschen hinter deinem Rücken so, oh mein Gott, er steht auf sie und jedes Mal, wenn sie kommt, denkt er, das ist eine Liebeserklärung von ihr. Vorsicht, du stehst in Wirklichkeit nämlich gerade auf einer Weiche. Die Weiche hat zwei Wege. Entweder ihr kommt von dieser Nähe, von dieser super guten Freundschaft oder von diesen Gefühlen, die sie schon hat, zu tieferen Gefühlen und einer glücklichen Beziehung. Oder aber du versaust es, sorry, und rutschst, ohne dass du es willst, in die Friendzone, in die Freundschaftskiste. Dort kann ich ja schon sagen, viel Spaß, rutscht man ganz leicht immer tiefer rein und kommt schwer wieder raus. Deshalb hier erste Tipps, was kannst du tun? Denn ich habe schon erlebt, wie ein Typ eine Frau lange kannte und durch sein Verhalten dafür gesorgt hat, dass sie plötzlich mehr auf ihn stand, sich tiefer in ihn verliebt hat. Ich habe auch erlebt, wie ein Typ durch sein Verhalten geschafft hat, obwohl er die Frau schon seit langem kannte, dass er es leider versaut hat und plötzlich hat sich nicht mehr auf ihn gewartet, fand ihn total langweilig, unattraktiv und hat sich um andere in der Gruppe gekümmert. Was können wir also tun? Ein Tipp, den ich dir mitgebracht habe, ist, achte auf Ähnlichkeit. Immer wenn Menschen sich ähnlich verhalten, macht es im Unterbruch seinen Klick und ich finde diese Person attraktiver. Warum? Weil das ständig in meinem Bekanntenkreis Leute machen, die mir nahestehen, Familie, Freunde, zeigen sich ähnlich. Wenn du also mit Absicht in deinem Verhalten Themen, über die ihr sprecht, Themen, die ihr mögt, Ähnlichkeit zeigst, hast du die Chance, dass sie denkt, oh mein Gott, wir haben ja so viele Gemeinsamkeiten und sie findet dich spannender. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Kniff, Ähnlichkeit Minus. Was meine ich damit? In meinen Coachings beschreibe ich das folgendermaßen. Du bist ihr ähnlich, aber du ziehst dich dabei ein Stückchen zurück, ein bisschen mehr rausgedreht, ein bisschen mehr Abstand. Du hast auch Zeit, aber musst schon ein bisschen früher gehen. Deswegen, du kannst auch am Freitag kommen, aber kommst ein Ticken später. Es gibt ein bisschen weniger von dir. Das erzeugt einen Sog in ihr. Dieser Sog, dieses Vakuum, sorgt dafür, dass sie sagt, oh mein Gott, wir sind uns sehr ähnlich, aber irgendwie wünsche ich mir ein bisschen mehr. Und in dem Moment, wo sie sich mehr wünscht, sagt ihr Kopfmenschenskinder, ich wünsche mir ein bisschen mehr von ihm. Vielleicht stehe ich auf ihm. Und ihre Gefühle werden tiefer. Ein Tipp, du kannst bei den Berührungen ein bisschen intensiver werden, aber Achtung, das ist wie mit Salz oder mit einem sehr scharfen Gewürz. Nur ein bisschen macht das Essen besser. Zu viel versalzt alles. Das heißt, es gibt ja diese Berührungen, die man unter Freunden, Kollegen etc. machen kann. Schulter fassen, Arm fassen, auf den Rücken und so weiter und so fort. Wenn du das einen Tick länger machst oder vielleicht, wenn ihr euch privat trefft, unterwegs seid, auch mal an andere Zonen gehst, wie Nacken, Ohren, Haare streichen, Rücken ein wenig tiefer, dich das traust, brichst du automatisch bei ihr in ihrem Kopf, dass du Freundschaftszone bist und kommst dadurch ein bisschen mehr zu Mann-Frau-Zone, Partner-Potential-Zone. Achtung, nur ein bisschen, schauen, wie sie reagiert und ganz wichtig, am besten direkt danach wieder weg, Abstand, Vakuum, Sog. Wir hatten den Effekt, wenn wir Sog oder Vakuum haben, wenn ich eben gedacht habe, oh, wie schön war das und es mir im nächsten Moment fehlt, werden meine Gefühle tiefer. Weitere Tipps, weitere Ratschläge, auch was du noch alles tun kannst, was du noch tun kannst, wie du sie zum Beispiel besser veräppeln kannst oder worauf du achten musst, wenn mal etwas irgendwie ein bisschen zu viel war oder in die Hose gegangen ist, findest du in meinem Ratgeber, wie du aus der Freundschaftszone rauskommst, aus der Friendzone rauskommst, findest du in Videos und auf meinem Blog. Ich wünsche dir vor allen Dingen viel Erfolg und vor allen Dingen richtig glückliche Beziehung, dein Beziehungscoach Emanuel Albert. Ich wünsche dir vor allen Dingen viel Erfolg und vor allen Dingen viel Erfolg und vor allen Dingen viel Erfolg. Ich wünsche dir vor allen Dingen viel Erfolg und vor allen Dingen viel Erfolg und vor allen Dingen viel Erfolg.